Erdbeben in Japan bringt Häuser zum Einsturz Ein starkes Erdbeben hat weite Gebiete Japans entlang der Küste des Japanmeeres erschüttert und eine Warnung vor einem Tsunami ausgelöst. Die Nationale Meteorologische Behörde warnte am Montag vor einem 3 Meter hohen Tsunami. Besonders betroffen war die Präfektur Isikawa. Dort könne ein Tsunami von bis zu 5 Metern auf die Küste treffen, hieß es. In einigen Regionen wurden bald nach der Erschütterung erste Flutwellen von mehr als einem Meter registriert. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Wie japanische Fernsehsender am Montag berichteten, stürzten mehrere Häuser in den betroffenen Regionen an der Küste des Japanmeeres ein. Einzelne Straßen und Parkplätze wurden aufgerissen, in einer Fabrik brach ein Feuer aus. In 32.500 Haushalten fiel der Strom aus. Zudem sind nach Angaben der Netzbetreiber teilweise auch die Telefon- und Internetverbindungen ausgefallen. Die japanische Fluglinie Anna leitete vier Flüge nach Twayama und Isikawa um, der Konkurrent Japan Airline strich die meisten Flüge nach Nigata und Isikawa für den Rest des Tages. Auch die Hochgeschwindigkeitszugverbindung nach Isikawa fiel aus. Berichte über Verletzte lagen jedoch zunächst nicht vor. Laut der Regierung kam es in Atomkraftwerken der Region zu keinen Unregelmäßigkeiten. Auch im Raum der Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein. Epizentrum lag in geringer Tiefe. Die Erschütterung von 16 Uhr und 10 Minuten, 8.10 Mez, hatte nach vorläufigen Angaben eine Stärke von 7,6. Zunächst war sie mit 7,4 angegeben worden. . 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 event-. Untertitelung des ZDF, 2020